Hallo, ich bin Andreas Deibler, Ihr Allianz-Vertreter in Lichtenstein. Ich habe diese Generalvertretung 1994 übernommen von Willi Hinger. Willi Hinger hat dies 30 Jahre gemacht. Das bedeutet für unsere Kunden, in über 50 Jahren hatten sie nur zwei Allianz-Betreuer. Dies baut Verbundenheit auf, unsere Kunden sind zufrieden und fühlen sich sicher. Wir laden auch Sie ein, diese Verbindung mit uns einzugehen. Wir freuen uns darauf.